So, wir sind wieder zurück. Wir haben direkt hier vor dem Soundsystem gespeichert. Ich glaube da oben ist dann die Luftströmung, oder? Ja, ich glaube schon. Wir sehen uns im Moment. Weiter geht's. Perfekt! Na bitte! Laute, Alter! Laute! Sing! Sing! Ah, es schießt unser Abschiffli! Weiter geht's! Siuuri, Baby! 3 2 2 3 2 3 4 6 7 8 7 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man, da ist er nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 See ya! See ya! See ya! See ya! See ya! Where are the points of mine? ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, das ist gut. Okay. Ich kann es da unten, oder? Jetzt muss ich mal rein gehen. Au 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 Ich guck mal ob ich noch ein kurzerer Weg machen kann. Vielleicht die Tür hier irgendwie aufregen wird. Wenn ich die hier aufmachen würde. Ja, das müsste gehen. Ja, das müsste gehen. Ja, das müsste gehen. Ja, das müsste gehen. Ist der auch noch nicht? Nein. Schade. Nein. Oh, wieder an Gerne. Ah, fast. Jetzt muss er noch ankommen. Oh. Oh. Das ist gut. Nein. Oh. Schon wieder nix. Es wird nix. Wie soll das denn gehen? Ich guck nicht, ob ich mit dem Donner irgendwo was machen kann. Wie wenn ich das hier aufmachen könnte. Ich guck nicht, ob ich das da drehen könnte. Ich guck nicht, ob ich das da drehen könnte. Irgendwie oder so. So, ich guck nicht irgendwo da in die Rohre rein. Okay, das ist linker. Gar nicht. Oh man. Oh. Oh, was ist das denn? Oh! Was ist das denn? Sobald ich irgendwo anheckt bin, bin ich aber wieder langsam oder nicht. Es sieht jetzt gar nicht mal schlecht aus, wenn ich jetzt mich anhecken würde. Aber schon runter! Nein, nicht da rein! Oh ja! 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 Oh ja!